Hallo ihr lieben YouTuber, ich bin die Sauerlange und werde auch jetzt mal eine schöne Schweinische. Kursgeschichte über Bauer Willi und seine Frau Bertha Sechlen. Zwei Schweinensüchter unterhalten sich und sprechen so über das alterliche Leben. Da sagt der Eine, ich hab das Problem, dass meine Schweine sich nicht weiter vermehren wollen. Hab schon alles versucht. Du da hab ich nie guten Wurschlag für dich und der Wehre. Patsch deine Schweine in den Poli fach im Wald und erledige es selbst, okay. Ich werde es mal ausprobieren, er verdimm Wald. Tag ist Peter Schaudernach. Ob seine Schweine trächtig sind, nichts ist. Wieder Tag ist Peter das selbe Spiel nochmal und wieder nichts, jetzt ist er es leid. Nach dritten Versuch, ruft er seine Frau. Und sagt, schau du doch mal, ob unsere Schweine trächtig sind. Sie schaut nach und kommt ganz entsetzt zurück, um ihren Mann zu berichten, er nun Bertat. Was ist, sind die endlich trächtig? Nein, nein, Willi. Die Schweine sitzen alle in unseren Poli und hupen, die ganze Zeit. Denn die Schweine sitzen alle in unsere Schweine trächtig sind. Das ist das, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das. Untertitelung des ZDF, 2020